Oh, ja, jetzt habe ich mir die Werbung angeguckt. Erstmal mache ich ganz kurz mal das Abenteuer, um mal ganz kurz hier ein bisschen zu, naja, um wieder ein paar Golden Turds mit hinzuzubekommen. Die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich hoffe, dass das Ganze, dass ich bald beim nächsten Mal wenigstens für meine Golden Turds auch was Gescheites bekomme. Das war ja wohl echt eine Unverschämtheit. Dass ich da einen Stand kriege. Ich will wenigstens mal kurz die ersten Karten hier starten. Und dann haben wir hier den Wasserpistolen-Steve. Jetzt nicht hier irgendwas vergeuden. So, dann haben wir einen Bob da. Und jetzt kann ich eigentlich schon auf Automatik klicken. Jetzt passiert da auch nichts mehr. Skippen. Normalerweise passiert auch nichts, aber es kam auch schon mal vor, dass dann irgendwie die Automatik so blöde gespielt hat, dass ich tatsächlich gedacht habe, wie kann das sein, dass das Ding hier verloren ist. Also, das wollte mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz kurz so. Und mal gucken, wie viel wir hier rausholen können. Ein paar Golden Turds gefarmt. Dann gehen wir in die Arena. Dann machen wir ein paar Kämpfchen. So, aha, jetzt habe ich doch auf Skipp gedrückt. Naja, normalerweise sollte es ja trotzdem funktionieren. Also, gucken wir mal. Hello, Romy. So. Oh, wieder 7. Alles klar. So, Dakota, Applebaum. Machen wir jetzt mal ganz kurz den Dakota, Applebaum fertig. Applebaum. Hieß die Applebaum. So, dann hätten wir jetzt hier den Teufel Bobby, mit dem, wenn der erstmal am Start ist, ist auch dieses Match schon längst vorbei. Ähm, da kann ich jetzt auch schon skippen, da brauche ich gar nichts mehr zu beachten. Hm, Devil Bobby. Eine Bestie. Ein Munster. Hau ich die Scheiße. So. Und die nächste 7. Das ist nice, sage ich dir. Das ist richtig, richtig nice. So, langsam aber sicher werden wir von Berliner Buletten überrannt. Aber, das Berlinerisch, das liegt mir noch nicht so. Das muss ich, äh, also ich meine, ich finde es total geil. Ich finde Berlinerisch total sympathisch, muss ich echt sagen. Aber, ich muss auch wieder zugeben, dass, da muss ich erst noch gucken, dass ich das irgendwie neu bekomme. Also, dass ich da auch mal so ein bisschen hier Berliner, das, ich, habe ich da, da kenne ich leider noch zu wenige Leute. Eigentlich gar keinen. Ähm, außerhalb hier von YouTube, der mir da in irgendeiner Form, jetzt kann ich eigentlich auf Automatik drücken, der mir in irgendeiner Form dieses Berlinerische, das liegt mir auch gar nicht im Ohr. Aber, aber ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool, wenn das einer macht, wenn das einer kann. Ich werde mal gucken, dass ich auch, ob ich die Berlinerisch einen Beruf bekomme. So, so langsam, aber sicher werden wir ja, wie gesagt, von den Buletten überrannt. Und, ähm, da gehört das einfach mit zum, zu, ja, zum guten Stil, dass ich dann auch mal ein bisschen Berlinerisch kann. Ich versuche es. Könnten mir ja mal ein paar Tipps geben. Irgendwelche Sprüche oder so, die ich lernen muss. Klassische Berliner Sprüche. So, ähm, Ah, machen wir den Pinguin-Konservator. Komm, jetzt ist auch egal. Ich erst mal den, wenn er erst mal die erste Kombo gespielt ist, passiert eigentlich nichts mehr. Nur manchmal spielt er halt gleich am Anfang irgendwelchen Schrott und dann sitzt er, also das ist unfassbar. So, also, damit wäre ich jetzt hier zumindest schon mal durch. Dann, ich glaube, das waren jetzt meine fünf Kämpfe, oder? Jawohl. Und, jetzt geht's ab in die Arena. Schauen wir mal, ob, also, hab ja jetzt in letzter Zeit hier echt ganz gut abgeräumt, in der, auch im Rumble. So schlecht sah ich ja gar nicht aus. Da gucken wir mal, wie hoch ich jetzt doch in der Arena kommen kann. Lass uns einfach mal schauen. Momentan bin ich auf 1075. Ich fange jetzt einfach mal mit Dat Tina an. Schlechtes Omen. Eine Tina hat eine Tina. Heißt Tina hat eine Tina. Ja, und ist im Secret Fight Club. Das ist ein absoluter Pass. U-Boo-Mon von King of Germany. Ja, die haben wir ja erst vor kurzem richtig rasiert. King of Germany, sage ich mal. Ähm, das macht mir jetzt Hoffnung. Dann würde ich mal sagen, fange ich hier jetzt an mit der Furzschule für Hochbegabte. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt könnte es unter Umständen ein klein wenig eng werden. Aber ich muss jetzt erstmal hier blocken. Da hinten die Lila nochmal. Komm. Ah, komm schon, Baby. Ich muss den hier, ich muss ihn ausblocken. Ich muss ihn ausblocken. Mann, 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 Mann. Jetzt verliere ich dieses blöde Match gegen... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt die Rache von ihm. Das ist jetzt die absolute Rache von ihm. Und hier mein Swatbob war ein Riesenfehler gewesen. Ich hätte da wirklich irgendwas spielen müssen. Scheiße, Mann, ey. Ich hätte da irgendwas spielen müssen, was wenigstens gleich mal richtig abgeht. Den Swatbob, den setzt man ans Ende und nicht vorne hin. Totalen Kack gespielt. Ja, da hat sich sogar der Air-Server aufgehängt. Der hat gesagt, darauf, also auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock hier. Was du da spielst gerade. Ja, ähm. Oh, jetzt hat sie es doch erholt. Und naja, dann... Also gut, machen wir halt gleich das Erste. Oh, nein, nein, nein. Hä? Wieso steht denn da jetzt Roger? Mit Tina? Hier steht jetzt Roger. Herr Gleich gegen Roger. Was ist denn das? Vorhin stand da Tina und dann hieß, war das U-Bomun. Was haben sie denn da jetzt geschafft? XCT-Wigi. Giggity-Guild. Was? Moment mal. Also jetzt hier irgendwie... Was ist denn da kaputt? Zeig mal her jetzt hier. Also, jetzt muss ich erst mal gucken. Das ist ja... Ähm... Nicht gerade prickelnd. So, Moment mal. Ähm... Ich spiele als allererstes jetzt erst mal die Lieder. Egal was, wie es dann weitergeht. Entweder mache ich jetzt den Pinguin-Konservator. Oder ich mache die Flügelmutter. Und die Flügelmutter ist natürlich auch eine geile Sache. Und gerade hier gegen die Furzschule. Ziemlich effektiv, sage ich mal. Ähm... Oh, jetzt kommt er mit einem Hipster Donald. Ist das dein fucking Ernst? Jetzt hat er da eine Gasglas. Äh... Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier nach rechts und links wegballere. Jetzt muss... Jetzt muss geballert werden. Oh, nein, Mann. Mann, 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 Mann. Das reicht aber um den Termin. Aber da hinten die Pautacke Patriot L. Macht trotzdem noch zu viel Schaden. Es ist doch zum Kotzen gerade. Äh... Rikki Spanish. Ein Dreier. Ein Dreier Rikki Spanish. Also... Und das jetzt... Schmeiße ich das Ding aus dem Fenster. Ich wünsche ich das jetzt verlieren hier. So, 34 von Creeback. Power, was weiß ich. Blurns Ball. Habe ich auch blöd gespielt jetzt, ehrlich mal. Fangen wir an mit einem... Ne, ich muss jetzt gleich erstmal einen Peter spielen. Der hat da ja jetzt schon zu viel, sage ich mal. Dann haben wir den Waffensicherheits-Peter. Und jetzt muss ich mal... Muss ich erstmal hier hinten rüber. So, und... Dann hätten wir hier den betrunkenen Stan. Und jetzt kann ich hier mal das Hasenkostüm spielen. Ja, Skala wenigstens mal wieder ein Sieg jetzt hier eingefahren. Okay, also... Alles klar. Da haben wir unsere drei Kämpfe in der Arena schon mal zusammen. So, ich will jetzt erstmal wieder da hochkommen. Ich habe jetzt unheimlich viel Schrott gespielt. Und jetzt wäre es einfach schön... Wenn es mir gelingen würde. So. Darren W. 2, 4, 1. Das Book of Spells ist gut. Das ist dieses Kuriersein-Äffchen. Das ist Schrott. Diese Q-Twitch. Ist eigentlich eine ganz nice Sache. Aber der Denker-Affe ist natürlich in der Situation noch mal eine Spur geiler. So, und jetzt muss ich zusehen, dass ich jetzt wieder da rüberkomme. So. Das wäre dieser Dedi-Dings-Da-Bum-Sda. 14. Wie viel Leben habe ich denn überhaupt noch? Ich habe 45 Leben noch. Und der macht da hinten die Hälfte des Schadens. Der Steve Smith wird die nächste Runde aber sonst nicht überleben. Das ist das Problem. Ich muss jetzt tatsächlich hier erstmal sowas da machen. So, und jetzt muss ich zusehen, dass ich die geblockt bekomme da hinten. So, ich fange jetzt erstmal an mit der Lina. So. 13 Schaden. Drunken Clam. Wie viel Schaden macht denn die? Die macht 5 und damit komme ich auf jeden Fall durch das Gewehr durch. Ich spiele jetzt hier erstmal die Peggy. So. Darren W. Mit einer 13. Also jetzt hier nochmal besiegt. Mein Lieber. Nächsten Kampf. Gegen einen 9er Bobby. Schauen wir mal, was der hier so drauf hatte, Bobby. Romulus. Okay. Was ein Name. Das wäre die Präsentation. Ich würde jetzt als allererstes erstmal im Bett mit einem Rutscher da hinflutschen. So, dann als nächstes muss ich jetzt mal gucken. Hier hätten wir den Sexualkunde, Peter. Oh, da kommt der Memorchen. Aber jetzt muss erstmal hier was passieren. So, als nächstes. Dann hätte ich den Center Bill. Ich könnte hier das Buch der Zaubersprüche spielen. Wir werden jetzt mal der Morschen. Eine gestresste Lila wäre auch möglich. Oder eben hier eine betrunkene Lila. Da kommt dann auch ein Morschen auf lange Sicht nicht mehr durch. So, und jetzt können wir einiges machen. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten offen mit dem Book of Spells. Komm, wir lassen jetzt einfach mal den Toga Bill. Die letzten 17 macht ja schon die betrunkene Lila. Aber... Das ist nice. So, das war jetzt der dritte Kampf in Folge. Auch schwach angefangen. Aber jetzt kämpfe ich mich wieder hoch. Jetzt nochmal 1056. Jetzt nochmal... Es ist blöd. Warum steht jetzt da oben... Warum haben sie den Namen jetzt rausgenommen? Also, das kapiere ich überhaupt nicht. Mike Honcho. Von dem Psycho Puppies. So. Gut. Lila. Und dann warten wir mal, was... Das ist natürlich jetzt Oberabfucking. Ich muss es echt sagen, ey. Mach es erst mal so. Ich muss es jetzt erst mal so rum machen. Den Steve Smith. Dann... Das wäre dir, der die... Ich muss den da loswerden. Verkarteter Steve. Mit dem kriege ich es nicht hin. Das ist so ärgerlich gerade. Ehrlich wahr. Aber ich muss da vorne... Die Gigi, die kann jetzt erst mal loswerden. So. Wenn die schon mal weg ist. Und dann kann ich nämlich hier jetzt so langsam mir da hinten diesen Snipers-Dewey vornehmen. Und... Ähm... Wir können auch mal den Waschbrett-Bild spielen. Auf jeden Fall. Warum nicht? Warum nicht auch mal den Waschbrett-Bild? So. Da kommt nämlich dieser Snipers-Dewey so gut wie gar nicht durch. So. Also. Nächsten Kampf gewonnen. Das waren jetzt vier. Jetzt schauen wir mal. Und jetzt sind wir auf 1069. Jetzt bin ich ungefähr wieder dort, wo ich vorhin angefangen habe. Macht aber nichts. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Kann ich mit leben. Ich würde sagen... Mh... 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 So. Ich weiß nicht, was beim Henkel rauskommt. Das ist das Problem. Deswegen muss ich jetzt erstmal mit dem Peter anfangen. Mh... Mh... So. Das wäre Sister Peter. Und das da wäre die Tina. So. Mit dem hier zusammen... ...wäre eine Möglichkeit. Der Rodeo-Peter wäre die andere Möglichkeit. Dann wäre... 21... Auf jeden Fall in der nächsten Runde. Der Henkel... Weg. Das ist die Frage. Der Peter heilt sich von selbst. Wird aber nicht stärker werden. Mit dem Buch der Zaubersprüche. Wir machen jetzt... Nein. Wir gehen jetzt volles Risiko. Wir spielen jetzt den Rodeo-Peter. So. Dann komme ich jetzt hier mit der Tina. Und... Und werde jetzt das Sandwich noch hinterher holen. Jetzt... Den Roger. Und da vorne auf der 1 wird jetzt nichts mehr passieren. Das Thema ist durch. Da kommt... Kann jetzt auch da diese... Neue Karte, die er da gespielt hat. Dieser super Tanz-Trupp kann auch nichts mehr ausrichten. Keine Chance. You're going to... Ist auf jeden Fall... Zerstört. Gucken wir mal. 1082. Jetzt kämpfe ich mal... gegen diesen Brine. Ein 10er Brine. Ich kann auf jeden Fall den Leuten in Gelde 2 nur empfehlen. Dann guckt mal bitte dann auch ab und zu in den Chat rein. Weil sonst haben wir wieder das gleiche Problem wie immer. Ich möchte gerne dann vielleicht den einen oder anderen noch nach vorne holen. Und das geht nicht, weil keiner wirklich davon was weiß. So. Jetzt hätte ich hier das Gewehr. Ich spiele jetzt das Gewehr. Ich gehe das Risiko ein, dass da mit dem Kleiderschrank... So. Okay. Jetzt möchte ich hier das 300 Dollar Messer zum Laufen bekommen. Und da habe ich natürlich jetzt ganz gute Chancen. Die GGD Gun sollte relativ schnell jetzt hier... Oh. Wie ist das? Das ist die. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich gerne da sehe. Ich muss jetzt erst mal hier hinter. Dann muss ich jetzt hier mal mit Peter da rangehen an diese Ruby Zeldas Dean. Der Sexualkunde Peter könnte jetzt hier der ausschlaggebende Punkt sein. Das Problem ist, das wird nicht reichen. Aber hiermit wird auf jeden Fall Ruby Zeldas Dean vernichtet werden. So. Und ich liebe ihn einfach. Ich liebe den betrunkenen Peter. Ist einfach ein Monster. Der betrunkene Peter. Der Dark Reign von Greased Up besiegt. Ah, die ersten zwei Matches, da war ich noch nicht wirklich da gewesen, habe ich festgestellt. Scheiße. War unnötig verloren. Unnötig verloren. So. 1095 jetzt hier. Dann haben wir nochmal. Vergleich gegen den Bobby. Leute, ihr habt da irgendeinen Fehler gemacht. Irgendjemand hat da bei euch Käse gemacht. Das kann nicht sein, dass das euer Ernst ist, dass ihr das so haben wolltet. Mochi. Dann haben wir die GGD Gun. Dagegen setze ich eine GGD Gun. Und die pushe ich gleich mal mit dem Kleiderschrank. Und da kommt der Roger in Verkleidung bei raus. Jetzt den Steve Smith. Den will ich nicht. Ich will hier meinen maskierten Hellen haben. Und damit ist Mochi auch besiegt. Oh, das sieht man jetzt leider gar nicht, weil sich die Kiste wieder aufgehängt hat. Aber gewonnen, habe ich es. Ah, jetzt hat er sich wieder erholt. Hab dafür Charakter von der Lila bekommen. So, weiter geht's. Jetzt bin ich... Bin ich nicht langsam mal... Hey! Juhu! Ich bin mal lieber 1100. Ich kann es kaum glauben. Sensationell, dass es sowas auch gibt. Toll! Toll! Juhu! Ja, Mann! Geil! Uah! What? Jetzt hat er sich irgendwie total aufgehängt. Moment... Na, der kommt gar nicht mehr. Das Ding ist einfach weg. Na, Moment mal. Das Ding ist einfach fort. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay. So... Okay, da sind wir wieder. Gut. Kigidi Gun. Könnte schon ausreichend sein. So, jetzt müssen wir schauen. Alles nicht wirklich... Nicht wirklich berauschend hier. Ähm... Die Kigidi Gun würde ich gerne nochmal pushen. Die Heavy Metal Hailey. Ach, scheiße. Mann, 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 Mann. Trifft es genau dahin, ne? Roger. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dann komme ich denn damit überhaupt durch. Das kannst du vergessen. Also ich muss jetzt irgendwie erstmal... Ja, das ist vorbei. Also das Match verliere ich. Aber wenigstens habe ich noch die Heavy Metal... Heavy Metal... Heavy Metal... Heavy Metal... Die habe ich wenigstens besiegt. Und da war es jetzt wieder vorbei mit meiner Siegesserie. Das heißt, drei Matches verloren. War, glaube ich, mein letztes gewesen, ne? Ja, und sieben gewonnen. Immerhin ein bisschen besser als vorher. Ähm... Jetzt machen wir mal schnell unsere Kämpfe. Ich will jetzt mal unsere neuen Mitglieder erstmal abchecken, auschecken. Check, 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 check. Dann gegen Dightronic mal. So, wen haben wir denn jetzt hier? Da ist Dightronic. Fangen wir mal an mit Dightronic. Drei Kämpfe gegen Dightronic. Das wünscht er sich. Auch Blitzy will eine Revanche haben, weil ich ihn im Stream zerstört habe. Und er will die klare Revanche haben und will mir jetzt zeigen, wo ich hingehöre. Ja, so sind meine Gildenmitglieder. Die können das nicht sehen, dass der Herr gleich auch mal was gewinnt. So, ähm, was mache ich denn jetzt hier? Jetzt könnte ich natürlich hier Vollgas geben, ne? Weil die Tina da vorne, die wird jetzt gar nicht so viel bringen. Die ist jetzt gleich weg vom Fenster. Ähm, Mami-Mumie. Oh, nein. Die wird tatsächlich überleben. Die überlebt tatsächlich. Ähm, das war jetzt so, aber nicht geplant. Hallo! Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Herr sofort kommt von der Schule, sieht mich und freut sich. Ähm, und jetzt kriege ich vom Baseball-Peter aber so dermaßen den, den Frack vollgehauen. Jetzt ist es vorbei. Ja, es war echt, ich hätte doch tatsächlich die, 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 äh, Clam spielen müssen. Ja. Das war so blöd. Ich habe jetzt echt, jetzt bin ich auf volles Risiko gegangen, habe jetzt einfach nicht aufgepasst. Und dann kriege ich echt, oh Mann, Diatronic. Also, wir gucken nochmal. Wir machen das Ganze gleich. Das gleiche jetzt nochmal. Hätte ich die Drunken Clam gespielt, Kollege, hättest du nicht gewonnen. Sag ich dir jetzt hier. Also. Bobby. The Bobby. So, the Bobby, the Bobby ist the Bobby. So, das ist the Bobby und the Bobby, the Bobby ist the Bobby. So, jetzt, ich fange jetzt gleich an hier. Die Panne, Peggy, das, 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 das. Nein! Jetzt kommt er mit einem Schaf. Wo kommt denn diese Honey Mustache Stewie her da? Ja, das Ding kann ich jetzt schon herschenken, eigentlich. Ähm. Da, was soll ich da jetzt großartig gegen unternehmen? Das ist vorbei. Du ballerst mir da 30 Schaden vorneweg. Ich habe da überhaupt keine Karte momentan, mit der ich dich auch nur ansatzweise blocken kann. Ich habe jetzt mein Offense Deck da drin. Das ist vielleicht gar nicht mal so clever. Ähm. Also. Das war jetzt eindeutig. Eindeutig verloren. Ähm. Schauen wir jetzt nochmal, was jetzt im nächsten Kampf passiert. Ich gucke mir dann dein Deck auch nochmal in Line an. Ein bisschen später. Ich muss noch ein paar Sachen dann machen, wenn ich hier fertig bin. So, Absinth. So, und jetzt beim Absinth werde ich jetzt gleich mal hier die Gigi Digan auspacken, ja? Weil das, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Das funktioniert nicht. Dann hier die Tina. Hallo, Herr Gleich. Hallo. Hallo. Dann haben wir hier eine Künstlerin, Tina. Mhm. Herr Gleich? Ja. Hallo. Hallo. Und dieses Match gewinne ich. Wie viel Leben habe ich denn überhaupt noch? 46. Das reicht doch normalerweise. Um hier richtig stehen. Da machen wir. So, haben wir. 36. Und egal, was die Blur-Ns-Ball da hinten macht. Ich gewinne dieses Match spätestens in einer Runde. So. Oh, da. Vielleicht da nicht. Doch, ich werde es gewinnen. Ich garantiere, ich werde es. Was? Habe ich jetzt irgendwie nicht auf... Hätte ich da bloß hinten geblockt? Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich kann da nicht überhaupt bleiben. Wie ist das? Ah. Hätte ich bloß hinten geblockt? Ich bin so ein Dummbatz. Ehrlich, wahr? Mann, 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 Mann. Die Tronik, zwei Siege. Ich gönne es dir. Ich gönne es dir von ganzem Herzen, Die Tronik. Jetzt kann ich es ja zugeben, ich habe dich mit Absicht gewinnen lassen. Wen? Nein, habe ich nicht. Die Tronik. Nein, Die Tronik. Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Du hast ihn gar nicht gewinnen lassen. Du lässt nicht mal deinen eigenen Sohn gegen dich durch. Nee, auf keinen Fall. Aber das ist ja Die Tronik. Das ist ja nicht mein eigener Sohn. Ja. Das ist ja was anderes. Ich habe gesagt, Du lässt ja nicht mal. Ja, eben. Meinen eigenen Sohn würde ich nicht gewinnen lassen. Habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, Du wirst jetzt richtig zerstoffen. Guck mal, was da schon kommt hier mit Death Ball. Die hat schon jetzt 20.33. Oh, oh, ja. Holy shit, was soll ich denn dagegen machen, ey? Blitzi, auf geht's. Ja, Blitzkrieg. Oh, oh, oh. Blitzkrieg hat gesagt, kann nicht sein, dass ich das gegen ihn da gewinne. Hier, da im Stream. So, und jetzt will er mich zerstören. Und er gönnt mir das einfach nicht. Er gönnt es mir nicht. Würde ich dir aber ganz ehrlich auch nicht gönnen. Er gönnt es mir nicht. Würde ich dir aber auch nicht gönnen. Warum? Warum gönnt ihr mir nicht? Weil du es nicht verdient hast. Warum habe ich mir das nicht verdient? Weil du es dir nicht verdient hast. Ja, aber warum? Ähm, soll ich dir die Frage ganz easy beantworten? Ich verstehe gar nicht, was sie alle gegen mich haben. Guck mal, er spielt nicht mal wirklich eine Kombo und du wirst schon zerstört. Nein, 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 nein. Guck, 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 noch bin ich am Leben. Guck, 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 guck. Ja, noch. Noch lebe ich, mein Freund. Steck nochmal 500 Euro, bitte rein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. So, jetzt lass mal gucken da hinten. Dagegen könnte ich eventuell was machen hier. Und jetzt schauen wir mal, ich sehe gar nicht so schlecht gegen ihn aus, ehrlich wahr. Rogers Kleiderschrank. Und das gewinne ich noch, ich gewinne es. Ich gewinne mit einem Leben, ich habe noch einen einzigen Lebenspunkt gehabt. Einen einzigen Lebenspunkt habe ich noch gehabt. Hast du das gesehen gerade? Da guckst du hin, was weiß ich. Mit einem Lebenspunkt habe ich gegen Blitzy gewonnen. Aha. So, soll ich jetzt wirklich noch mal zweimal? Wenn du dich traust, ja. Ich, ja, ich habe mit einem Leben, eigentlich müsste ich ja jetzt aufhören. Nein. Nee, nee, das würde dann aber nicht zählen. Eigentlich müsste ich ja jetzt aufhören. Das würde aber dann nicht zählen. So, Schutzanzüge. Ich sei nicht immer so zu mir. Warum zu dir? Weil du zu mir böse bist, gerade. Oh, ja, wir können jetzt natürlich hier anfangen, gleich mal richtig einbraustzuholen. Gleich soll ich ja was sagen. Was denn? Du bist ein Herrgleich! Hier die Klopperella auf der 1 und das Match sollte relativ schnell. Vielleicht bist du ein Herrgleich, oder? Ich glaube, dass das Match jetzt auch relativ gut für mich ausgehen wird. Ich glaube, dass du ein Herrgleich bist. Ich weiß, dass ich es bin. So. Die Klopperella da vorne auf der 1. Oh, holy shit. Holy, holy, holy shit. So, und jetzt ist auch dieses Match gewonnen. Das ist, ähm, was ist das Problem? Das Problem, ja, das sind halt tatsächlich diese Schutzanzüge und so weiter, ne? Das sind halt Karten. Wenn er die nicht kombiniert, ist das eine Schwachstelle. Wenn die nicht kombiniert... Hast du gegen ihn gewonnen? Ich habe jetzt ein zweites Mal gegen ihn gewonnen. Blitzi! Ja? Nochmal 500 Euro rein. Nein, hör auf. Doch. Nein, hör auf. Blitzi, 1000 Euro noch rein. Nein, der der... Und die 5 Müssigs davon holt. Nein, 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 nein. Okay, das geht. Müssig? Müssig, doch? Wir sind eine Gilde, bei uns kann man auch ohne Geld zu investieren bestehen. Ja, aber nein. Man muss aber gegen dich gewinnen. Buch der Zaubersprüche. Aber wenn man die nicht gewinnen sollte, darf ich ja eine Gilde, weil... Das ist halt wirklich... Also da muss man sagen, da ist natürlich diese Spieltaktik, ist natürlich Oberkacke, ne? Stimmt. Von dem Spiel. Die Taktik ist Oberkacke. Also wenn man sich das anschaut, ja... Guck mal, der kommt jetzt hier mit dem Buch der Zaubersprüchen, ne? Das ist toll. Er hat jetzt viele Verkleidungskarten, ja? Ja. Das ist ja toll. Ja. Erstmal. So, okay? Problem ist aber... Wenn man die nicht kombiniert... Wenn die nicht kombiniert werden, so wie jetzt zum Beispiel, dann sind die weg vom Fenster. Er hätte einen Teufel hängt machen können. Er hätte zum Beispiel einen Teufel hängt machen können. Hat er aber nicht. Also... Die Spieltaktik hat es nicht gemacht, ja? Wenn ich jetzt nicht aufpasse, verliere ich dieses Match. Das will ich nicht. Bitte, 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 verliere! Nein, ich verliere es nicht, weil ich gebe jetzt dem Roger einen Push. Wenn du verlierst, nur noch... Nein! Ich würde mich so freuen, wenn du verlierst. Da würdest du dich freuen, wenn dein alter Herr verliert. Wenn dein alter Herr vor allen Dingen alles... Ja, was bin ich denn sonst? Sehr gleich. Und sofort steht vorgleich. Also... Tja. Übrigens, seine neue Frisur sieht nice aus, ne? Dankeschön. So, ich mach das jetzt so. Ich mach's den Roger in Verkleidung. Die kürzesten Haare der ganzen Welt. Und dann ist er auch schon wieder weg. War er da, war er schon wieder weg. So, jetzt muss ich echt zusehen, weil jetzt krieg ich wahrscheinlich echt die Hucke voll von ihm. Wie viel Schaden macht denn der? 15. Das kann ich noch nicht mal... 13. Also, das Ding ist, wäre fort. Je nachdem, wohin geballert wird. Aber... Furzschule für Hochbegabte. Überlebt das sonst nicht. Ich muss hier blocken. Auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, es ist doch noch durchgekommen. Er hat direkt nach vorne... Oh, du hast verloren gegen Blitzy? Ja, jetzt hab ich einen Kampf verloren gegen Blitzy. Okay. Ja, du musst noch mal verlieren. Nein, ich hab jetzt drei Kämpfe gegen Blitzy gemacht. Nein! Ich hab drei Kämpfe gegen Dai gemacht. Daitronic. Drei Kämpfe gegen Blitzy. Hattest du deinen Zufallsgenerator entschieden? Nein, das haben die Leute... Also, Blitzy hat sich das gewünscht und Daitronic hat sich das gewünscht. Ja, dann muss man wieder deinen Zufallsgenerator ausmachen. Ja, das würde ich auch mal wieder machen. Dann haben wir... Du musst es jeden Tag eigentlich machen. Ja. Weil du hast ja gesagt, du willst den Zufallsgenerator machen. Ja. Der entscheidet dann, was für die Zeit kommt. Genau. Das solltest du eigentlich ja jeden Tag machen. Ja. Übrigens... Jetzt ist erstmal der Rumble vorbei und jetzt können wir auch sowas wieder machen. Übrigens, Leute, wenn ich nur einen PC habe, dann werde ich auf jeden Fall Daily Uploads von Minecraft bringen in 1080px wahrscheinlich. Okay. Also das... Ja. So, also... Mitrovianischer... Zur Zeit, wie ich auch das letzte Mal beziehungsweise gestern am Stream gesagt habe, werden zur Zeit keine Minecraft-Videos kommen. Das einfach, weil es keinen Spaß macht, wenn man die ganze Zeit nur Lags hat. Also quasi, weil die ganze zurückgepackt wird oder... Das einfach mal... Das ganze, was man gebaut hat, einfach mal weggeglitscht wird. Äh... Das ist nicht das Beste. Na ja, gleich. Mhm. Oder auf einmal so Minecraft-Viele Bugs hast. Du musst schnell da sein können und alles Mögliche. Weil ist das nicht so toll. Mhm. Jetzt ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du zum Beispiel eine Legend spielst, mach deinen Charakter... Guck. Da, der freut sich doch voll. Echt? Das ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich da nie hinguckaue. Wenn du zum Beispiel eine Common oder eine Seltene spielst, dann kommt das nicht. Mhm. Dann steht ja ganz normal da, wie er jetzt da steht. Mhm. Wenn der Bender, zum Beispiel beim Bender in der Epic gespielt wird, dann hat er so eine Zigarette im Moment. Mhm. Es gibt jetzt mal bitte nicht, dann kann man es vielleicht sehen. Gib jetzt mal bitte nicht... Guck mal auf zu skippen jetzt. So, guck. Achtung. Ähm. Achso, ne. Er ist schon tot, oder? Ja. Ne. Ne. Er ist noch nicht drüber. Guck. Jetzt bei dem... Ah, er hat dann die Zigarre ausgepackt, ja. Cool. Ne, ja. Bei Roger, guck jetzt? Beim Roger? Ne, er freut sich, ja. Ist cool. Auf jeden Fall cool, hast du recht, ja. Wenn man eine Common oder eine Rare spielt, dann macht er das nicht. Bei der Common müsste er heulen. Nein. Ne, bei der Common macht er gar nichts, genauso wie bei einer Rare. Bei einer Epic startet er dann und freut sich der Roger. Hast du das eigentlich eben gerade gesehen? Hm? Flüschi. Also, Flücheinhorn. Ne. Flücheinhorn spielt eigentlich erst seit vielleicht ein paar Tagen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Er hat aber jetzt schon Geld ausgegeben. Ja, er ist ein Whale, wie man das nennt, ne. So, jetzt mal gegen Stromi. Äh, gleich. Hm? Wenn man Geld dafür ausgeht, dann ist das nichts Besonderes, wenn man dann in Arena 9 oder sowas richtige heftige Karten hat. Dann ist das nichts Besonderes. Hm, ja, ich finde es aber, also ich bin gespannt. Also, so wie es aussieht, auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender Kandidat für die Zukunft. Und, ähm, bin froh, dass er bei uns ist, auf jeden Fall. Daddy ist weg. Und da muss ich dann, also, ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Erstmal vielen, vielen Dank an Blitzy. Blitzy ist gestern ja fast wahnsinnig geworden, weil ich nicht rechtzeitig online war. Ich weiß nicht, er hat es mir geschrieben, aber da war ich schon im Bett. Und, ähm, er hatte Angst gehabt, dass wir, äh, die Möglichkeit verlieren, Flüsch, Einhorn in die Gilde zu holen. Ähm. Zum Glück ist ja alles gut gegangen, es hat funktioniert. Ich bin dann doch noch reingekommen, das war jetzt gegen Stromi, im Kampf. Bin ja doch noch rechtzeitig reingekommen und dann, äh, ja, hat das alles noch geklappt. Auch ein, ich muss wohl auch ein großes Dankeschön an FIFA weitergeben oder aussprechen, weil wohl FIFA derjenige ist, der Flüsch, Einhorn, an uns weiterempfohlen hat. Flüsch, Einhorn, wer? FIFA hat ihn weiterempfohlen an uns. Okay. Mhm. Grimmel Reaper ist auch ein neuer Spieler. Auch ein neuer? Ja. Kam wohl zufälligerweise rein, als, äh, versucht wurde von unseren Offizieren, äh, Flüsch, Einhorn einzuladen. Jetzt werde ich mal ganz kurz, ähm, rüber gehen. Okay, Professor Farnsworth. Also, wenn du das Video siehst, Professor Farnsworth, solltest du möglichst bald loswerden. Der ist, äh, nicht wirklich gut. Also, Professor Farnsworth, im Gegenteil, ist sogar extrem schlecht. Ähm, Grimmel Reaper. Versuch bitte nach Möglichkeit zu farmen bis zum nächsten Rumble. Gibt genügend Möglichkeiten, jetzt an, an, an Epics ranzukommen und versuch bitte diesen, ähm, Professor Farnsworth, ich weiß jetzt nicht, was du sonst noch drin hast, ich würde jetzt nochmal schnell einen Kampf machen gegen dich. Hören wir mal gerade nochmal einen Kampf. Aber trotzdem hat er relativ viele Helme geholt, sage ich mal, Grimmel Reaper. Scheinbar in seiner vorherigen Gilde. Jetzt gucken wir einfach mal. Eine Ringenkarte, die noch am Aufleveln ist. Okay. Ein Ruppert, der noch am Aufleveln ist. Alles klar. Ähm, ne Peggy. Komm, ich mach jetzt, äh, das ist alles nicht so wirklich toll. Na komm, wir machen jetzt den Bobby fertig. Da wird schon noch irgendwas kommen. Pau, Tuckett, Patriot, eh, alles gut. Da haben wir jetzt auch den Scharfschützen, Bobby. Ähm, Gold ist ein Stück Scheiße. Okay. Erlemo Bier. Okay. Alles klar. Gut. Gucken wir mal, wen wir noch neu haben. HS1. Mh. Bam, 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 bam. Durch einen Neuernstromi. A ist ja aus Gilde 2 gekommen. Strike, get me again. Destroyer, shut an. Michael H., Michael H., gucken wir mal, was denn Michael H., was hat er denn da jetzt überhaupt anzubieten? Was that man? Ein Vierer Ricky Spanish. Okay, uh. Okay. Geh, geh, diga. Und Peter. Ja, mal gucken, das hier müsste Dear Daddy Steve sein, möchte ich eigentlich nicht. Sister Peter, wir machen es anders darum, jetzt mal hier Ruby, Zeldas, Dean oder die Q-Twitch, okay. Tja, ich weiß jetzt nicht, mit was er da ankommen wird. Betrunkener Peter. Es muss natürlich der betrunkener Peter sein, ne. Gut, ich kripple alles runter, dann kommt die Gasattacke nicht rein. An Ruppert, okay. Mhm. Okay. Ähm. Kann ich mir jetzt noch kein richtiges Bild von machen? Schauen wir mal. Ich werde jetzt noch einen Kampf gegen Michael H. machen. Weil es mir jetzt total... So, mal rum. Strommi gegen Strommi habe ich ja schon gekämpft. So, Michael H. Oh, Michael H. Primary Partner schon gehabt. Michael H. Da ist er nochmal. So. Ähm. Letzter Kampf für heute. Jetzt gegen Michael H. 3, 7, 7, 8. Kriegt die Ballyguard. Ding ist sehr gut. Gut, ich fange jetzt an hier mit der Tom Landry Middle School. Vielleicht sollte ich ein bisschen Piano machen. Dass wir überhaupt mal was zu Gesicht bekommen hier. Weil wenn ich jetzt die schlimme Tina spiele, ist es gleich vorbei. Gut, ich spiele jetzt die schlimme Tina, weil er da jetzt tatsächlich... Ich könnte auch den Grillkoch machen, aber... Nein, ich spiele jetzt die schlimme Tina, ich muss diesen betrunkenen Peter da... Oh. Heute Nacht fahren wir mit dir Schlitten. Okay, die ist... Mal gucken. Ja, einmal darf ich dann noch. Einmal darf ich noch ran. Da haben wir noch ein Stand. Okay. 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 Und schon ziemlich effektive Karten. Okay. Definitiv ein vielversprechendes Ding. Berlin Crime ist noch in Gilde 2. Momentan wieder, also nur in Übergangsweise. In Gilde 2 haben wir jetzt auch noch ein paar sehr, sehr starke neue Leute mit hinzubekommen, die zufällig da reingejoint sind. Und ich habe gesehen, dass die auch in ihrem Rumble richtig abgesahnt haben. Ich muss das jetzt nochmal mit dem Gildenrat insgesamt besprechen, was wir machen, wie es weitergeht. Jeder, der Bock drauf hat. Ich meine, wir haben jetzt, selbst mit Gilde 2 sind wir in die Top 500 gekommen. Gilde 1 hat jetzt einfach, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, wie es zum Schluss gelaufen ist. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, dieses andere, das vorletzte Match zu verlieren. Einfach, das Problem... Es gab so Meinungen, dass man es vielleicht verlieren sollte, um dann einen einfachen Gegner zu haben. Ist irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Das Ganze, vielleicht hätten wir einfach komplett durchziehen müssen. Schade. Ähm... Dann wären wir jetzt sicher safe in der Top 100 gewesen, wenn wir das durchgezogen hätten. Naja, was willst du machen? Ähm... Ähm... Absoluter Freak. Und ich bin schon gespannt, was wir mit ihm alles erleben werden. Also da bin ich jetzt echt schon gespannt drauf. Und das, obwohl wir gerade uns seit ein, zwei Tagen also ein bisschen hin und her geschrieben haben. So. Also. Wenn es euch konntet, lasst mir mal ein Like, da schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss. Und wer Bock hat, Gilde 2 ist offen. Einfach aktiv sein. Und dann kriegen wir auch langsam eine bessere zweite Gilde hin. Und das könnte richtig cool werden. Also. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.